Jeder Händler hat damit bereits Erfahrungen machen dürfen, dass es bei der Zustellung beim Versand von Paketen durch Postboten, aber auch durch Empfänger zu Problemen kommen kann. Oftmals weiß man als Händler gar nicht genau, wie man sich rechtlich korrekt zu verhalten hat. In diesem Video gehe ich auf ein paar Szenarien ein, die teilweise ziemlich skurril sind, aber die dir bei deinem nächsten Versandproblem eine Hilfe sein könnten. Bleib unbedingt dabei, denn du wirst überrascht sein, welche Rechte du als Händler hast. Viel Spaß bei dem Video. Und damit willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Ja, heute geht es um drei Szenarien, die ich euch vorstellen möchte, die mit Versand zu tun haben, aber auch vieles dreht sich um die Widerrufserklärung. Alle Szenarien und Situationen habe ich aus der Quelle vom Online-Händler News genommen. Wenn ihr das nachlesen möchtet, schaut es euch gerne unten in der Videobeschreibung an. Ansonsten werde ich das Ganze grob einmal beschreiben, worum es in den Szenarien geht und was ihr als Händler machen könnt, welche Pflichten und Rechte ihr dem Käufer gegenüber habt. Das soll hier keine Rechtsberatung sein. Dementsprechend kann das natürlich hier nicht als vollwertig gewertet werden. Was ich hier sage, kann auch sein, dass ich mich hier in vielen Dingen auch mal vertun kann. Deshalb, wenn ihr konkrete Rechtsberatung haben möchtet, wendet euch an den Händlerbund. Dazu findet ihr auch unten im Video einen Link dazu. Ansonsten, falls ihr neu dabei seid und euch solche Themen interessieren, wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay und anderen Marktplätzen, aber auch alles rund um E-Commerce, dann abonniert gern diesen Kanal, drückt auf die Glocke, so verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und wenn ihr diesen Kanal und mich unterstützen möchtet, gebt dem Video auch jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Ja, wir beginnen mit dem ersten Szenario und zwar ist es nämlich so. Ihr habt ganz normal eine Bestellung bekommen, verschickt es an den Kunden und nach ein paar Tagen kommt das Paket auf einmal wieder zurück und es steht drauf Annahmeverweigerung. Ich wette, viele von euch als Online-Händler werden in dem Falle das Ganze als Widerrufserklärung gelten und dem Kunden die Rückerstattung veranlassen. Doch rein rechtlich seid ihr dazu gar nicht verpflichtet. Ihr könnt ganz normal das Paket zur Seite legen, denn es kann ja auch sein, dass hier das Paket falsch adressiert wurde und der falsche Empfänger einfach das Paket verweigert hat und gesagt hat, das gehört nicht mir, hier wohnt derjenige nicht, also möchte ich damit nichts zu tun haben. Das Paket kommt zu euch zurück und jetzt ist es so, dass der Kunde grundsätzlich eine Widerrufserklärung geben muss, bevor ihr da eine Rückerstattung an den Kunden veranlasst. Und in dem Falle ist es tatsächlich nicht passiert. Es ist nämlich so, dass dann die Widerrufsfrist abgelaufen ist, in dem Falle vielleicht die 14 Tage gesetzliche Widerrufsfrist und dann meldet sich der Kunde irgendwie nach Ablauf der Widerrufsfrist und sagt, Hallo, warum kriege ich keine Rückerstattung, dann merkt das an seinen Kontoauszügen und dann sagt er, wann erstatten sie mir das Geld. Jetzt ist es so, rein rechtlich gesehen könnt ihr dem Kunden sagen, Entschuldigung, aber sie haben den Kauf nicht widerrufen. Wir haben das Paket nur als verweigert zurück erhalten und ihr seid als Händler nicht verpflichtet, das Paket zurückzunehmen. In dem Falle ist sogar der Käufer dafür zuständig, die Annahmeverweigerungskosten, denn es ist nämlich so, wenn ein Paket verweigert wird und an euch zurückgesandt wird, entstehen euch wieder Versandkosten, die ihr dann dem Kunden in Rechnung stellen könnt. Rein rechtlich ist es sogar so, dass ihr dem Kunden Lagerkosten in Rechnung stellen könnt. Und zwar, wenn der Kunde ein Paket verweigert, kommt das Paket zu euch zurück. Wenn es jetzt was Kleines ist, ist das natürlich nicht der Rede wert. Aber sei es jetzt eine Waschmaschine, ein Kühlschrank oder etwas Größeres, das nimmt natürlich Platz. Und das muss natürlich auch berücksichtigt werden bei euch im Lager und was gegebenenfalls mit Lagerkosten und Umständen in Verbindung stehen kann. Sogar in dem Falle könnt ihr dem Kunden diese Kosten in Rechnung stellen. Und ihr könnt sagen, wir akzeptieren die Annahme nicht, weil das Paket ja oder die Bestellung und die Widerrufsfrist abgelaufen ist. Und somit muss der Kunde die Ware laut Vertrag wieder an sich zurücknehmen und gegebenenfalls mit weiteren Kosten, Sendungskosten, die zu dem Kunden wieder entstehen, bezahlen. Ja, rein rechtlich ist das so tatsächlich, denn es ist wirklich grundsätzlich so, dass der Kunde einen Widerruf einleiten muss. Das kann über einen Marktplatz passieren, indem man eine Rückgabe eröffnet. Ob bei Amazon oder Ebay ist das möglich, dann ist es ein geltender Widerruf. Aber wenn der Kunde gar nicht reagiert und gar keine Widerrufserklärung macht, seid ihr da wirklich fein raus. Ich weiß, viele von euch werden das so nicht machen und schreibt mir gerne mal einen Kommentar dazu, ob ihr solche Fälle schon mal gehabt habt und wie ihr damit umgeht. Das würde mich sehr interessieren. Ich persönlich erstatte solche Fälle, um hier auch negative Bewertungen zu umgehen und mit dem Kunden keine Probleme zu bekommen. Werfen wir mal einen Blick auf Szenario Nummer 2. Dürfen Paketdienstleister und Zusteller Pakete einfach am Nachbarn zustellen oder nicht? Das ist auch so eine Sache, die öfters mal zu Streitigkeiten mit den Kunden kommt, zwischen den Verkäufern und Händlern. Dass ein Kunde behauptet, warum wurde das Paket an Nachbarn abgegeben, ich wollte es persönlich empfangen, weil man mit dem Nachbarn nicht so gut kann oder so. Tatsächlich ist in den AGBs von den Versanddienstleistern geregelt, dass die Sendung, wenn sie nicht an den exakten Empfänger zugestellt werden kann, auch an andere Bewohner des Hauses abgegeben werden kann oder auch an die Nachbarschaft nebenan. Jedoch gibt es hier aber auch Unterschiede, wenn eine Sendung einen gewissen Warenwert übersteigt oder eine Express-Sendung ist, dürfen diese Sendungen nur exakt an den Empfänger abgegeben werden und dürfen nicht an Nachbarn weitergegeben oder anderweitig abgelegt werden. Auch bei Hermes ist das so und anderen Versanddienstleistern so verankert. Und bei den anderen kann es sich vielleicht unterscheiden. Jetzt ist es aber so, Szenario, der Kunde bestellt bei euch und gibt euch auch einen Hinweis bei den Verkäufern oder Käuferhinweisen, dass bitte keine Zustellung an den Nachbarn erfolgen soll. Jetzt habt ihr es aber übersehen und habt es einfach ganz normal versendet. Und jetzt kommt es, wie es kommen muss. Der Käufer ist nicht da, nicht zu Hause und das Paket wird einfach an den Nachbarn abgegeben. So, jetzt geht der Käufer zu dem Nachbar, weil er es auf seinem Abholschein ja stehen hat, an welchen Nachbarn es zugestellt wurde. Und er geht zu dem Nachbarn und bittet um sein Paket. Jetzt hat er wohl Stress mit seinem Nachbarn und der Nachbar sagt ihm, zieh ab, das Paket kriegst du von mir nicht. So, was könnt ihr jetzt machen? Natürlich seid ihr hier als Verkäufer und Händler dran und müsst das Ganze regeln. Denn der Käufer hat speziell dazu geschrieben, er möchte keine Nachbarzustellung haben. Und ihr habt es trotzdem gemacht und nicht irgendwie angemerkt, dass es keine Nachbarzustellung gemacht werden soll. So, und ihr müsst das Ganze natürlich jetzt drehen. Das bedeutet, ihr müsst quasi dem Kunden dann nochmal das Paket verschicken, damit er es bekommt. Er kann auch gleichzeitig sein Widerrufsrecht gelten machen und hier von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen und eine Rückerstattung fordern von euch. Was macht ihr denn jetzt nun, wenn das Paket nicht bei euch ist? Es ist beim Nachbarn. Ihr habt ja die Adresse, wo es zugestellt wurde. Ihr könntet den Nachbarn anzeigen. Ihr könntet aber auch DHL darum bitten, das Ganze hier zu drehen. In der Regel durch einen Nachforschungsauftrag. Es ist so, dass DHL dann sagen wird, das Paket ist beim Nachbarn. Aber ihr müsst euch da drum kümmern. Gegebenenfalls müsst ihr da hinfahren und das Paket auch abholen. Wäre natürlich blöd. Und im schlimmsten Falle bleibt ihr auf den Kosten sitzen. Falls ihr dieses Szenario nachlesen möchtet, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr die Quelle dazu. Falls euch sowas schon mal passiert ist, dann gerne auch hierzu einen Kommentar hinterlassen, wie ihr damit umgegangen seid und ob ihr auf den Kosten sitzen geblieben seid oder eine Rückerstattung bekommen habt. Damit ihr schon mal wisst, wie ihr mit solchen Fällen umzugehen habt. Falls ein Kunde wünscht, keine Nachbarzustellung, weil er wie gesagt mit den Problemen hat oder wie auch immer einfach nicht möchte, dann möchte ich euch das Ganze hier einmal zeigen, zumindest für den Geschäftskundenportal der DHL. Und hier habt ihr die Möglichkeit, bei Erstellung der Sendung unten bei den Zusatzoptionen den Haken auf keine Nachbarschaftszustellung zu setzen und somit erfolgt keine Nachbarschaftszustellung. Dieses ist jedoch zu beachten, dass das Ganze mit Kosten in Verbindung steht. Zu guter Letzt schauen wir uns mal das Szenario Nummer 3 an. Es hat hier auch was mit dem Versandweg zu tun, aber eher dreht sich das Ganze hier um die Widerrufsfrist, die ja auch eine Rolle spielt. Und zwar ist es so, ihr habt ein Produkt verkauft. Der Kunde hat eine Widerrufserklärung geschrieben, in dem Falle auch rechtzeitig und bittet um einen Rücksendeschein und möchte das Produkt wieder zurückschicken. Ihr schickt den Rücksendeschein an den Kunden und wartet auf das Produkt, bis er es zurückschickt. Jetzt vergehen tatsächlich 1-2 Monate und der Kunde meldet sich nicht. Ihr habt es vielleicht schon vergessen. Und auf einmal kommt es nach ein paar Monaten zu euch an und der Kunde hat hier das Ganze zurückgeschickt. Jetzt ist es so, gesetzlich gesehen ist es nämlich so, dass der Kunde nach einer Widerrufserklärung 14 Tage Zeit hat, das Paket zurückzuschicken. Aber es steht gar nicht im Gesetz, dass ihr nach den 14 Tagen die Annahme verweigern dürft. Das steht wirklich nicht im Gesetz drin. Das bedeutet, ihr seid rein theoretisch trotzdem verpflichtet, auch nach den verstrichenen 14 Tagen Widerrufsrücksendepflicht, eine Rückerstattung zu veranlassen. Jetzt ist es Monate vergangen und es kann ja sein, dass das Produkt so nicht mehr aktuell weiterverkaufen kann. Das sind zum Beispiel irgendwelche technische Artikel wie ein iPhone oder so, wo gerade ein neues iPhone rausgekommen ist, das alte nicht mehr relevant ist und somit ist eine Wertminderung hier eingetreten und somit kommt der Kunde in dem Falle in Verzug. Das heißt, ihr könnt Verzugsschaden als Ersatzweise von dem Kunden fordern und sagen, so, sie haben das Produkt nach so einer abgestrichenen Frist zurückgesendet, wir behalten uns vor oder wir fordern von ihnen einen Schadensersatz aufgrund der verspäteten Lieferung. Das heißt, ihr geht darauf ein, dass ihr es noch zurücknehmt, aber stellt dem Kunden dementsprechend auch einen Schadensersatz und zieht was von der Kaufsumme ab. Hier kann der Kunde dann entscheiden, ob er das annimmt oder nicht. Darf natürlich nicht übermäßig groß sein. In dem Falle würde ich euch auch empfehlen, euch mit einem Rechtsanwalt beraten zu lassen, inwieweit das berücksichtigt werden kann, so eine Schadensersatzforderung. Aber ihr habt das Recht dazu. Und dann hat der Kunde dementsprechend die Qual der Wahl, ob er das so akzeptiert oder nicht oder ob er das Produkt nochmal zurückhaben möchte oder nicht. Auch das würde mich interessieren, ob ihr schon mal so ein Szenario gehabt habt. Wenn ja, dann gerne unten in die Kommentare dazu auch mitteilen. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen zum Nachdenken gebracht, welche Fälle passieren können und was ihr wirklich auch mal als Händler für Rechte, aber auch Pflichten habt. Und gebt dazu auch gerne nochmal ein Feedback, was für Fälle euch schon mal unterlaufen sind und wie ihr damit umgegangen seid. Ich danke fürs Zuschauen, falls noch nicht geschehen, zur Unterstützung des Kanals einmal einen Daumen nach oben und wenn nicht passiert, dann auch den Kanal abonnieren für viele weitere Videos und News. Viel Spaß weiterhin und viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.